Hi Leute, hier spricht Otsch von den Karoltenbrüdern. Die nächsten zwei Wochen werde ich leider nicht da sein. Die Koffer sind schon gepackt, wir sind kurz vor dem Abflug in die Türkei. Aber keine Angst, die Streams fallen nicht aus. Denn Murphy ist ja auch noch da und er wird das ganze hier übernehmen. Also gebt ihm viele Likes, schaut ihm oft zu. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Karoltenbrüdern. Bis in zwei Wochen. Macht's Glück. Ciao!